willkommen auf meinen youtube kanal heute machen wir die challenge fristelzwerge suchen und einer befindet sich schon neben der stadt tilter towers hier in der nähe des wandwagens da sieht man schon von oben wo ich herangeflogen komme wo der fristelzwerg liegt und der kicher taucht schon da erstmal sammle ich aber die waffen ein man muss sich auch verteidigen können und dann haben wir den ersten der zweite fristelzwerg befindet sich im wikingerdorf erst mal wusste ich nicht genau wo er zu finden ist aber er ist auf dem berg da oben gleich hier sehen kann ja ich habe die ballons benutzt und da oben ist er da müssen wir erst mal hin ja ich bin hier noch so ein bisschen verwirrt rumgelaufen um die selte weil ich dachte und jetzt springen wir langsam höher gleich wird man ihn hören können den fristelzwerg ja da ist auch nicht so und ja gehen wir weiter auf so hier hinter den steinen befindet er sich ja da hört man ihn auch und jetzt haben wir auch den zweiten der dritte fristelzwerg befindet sich zwischen also in einem schneewald zwischen dem wikingerdorf und frosty flights da ist er auch schon der vierte fristelzwerg befindet sich in der yeti hülle erst mal hier noch eine truhe aufmachen und dann gehen wir die yeti truhe da wird man auch gleich wieder das kichern des oder das ist vielleicht kein kichern sondern erfriert wahrscheinlich und dann macht er sofort komische geräusche dass man ihn auftauchen soll so der fünfte fristelzwerg bevor befindet sich im auf dem berg in in der nähe von polen in der nähe von polar peak hier neben in der nähe der zelte und da ist auch schon ja und der nächste der nächste fristelzwerg befindet sich auf dem berg in der nähe von shifty shaft ich glaube normalerweise wächst auch ein baum aber jetzt wo ich als fünften zwerg erst in dieser runde versuche zu kriegen da war es wahrscheinlich schon jahres abgebaut gewesen und da hat man wieder den fristelzwerg wie er friert gehört ich habe ihn aber wegen dieser vielen wände die hier gebaut sind nicht auf angieb gesehen aber jetzt da da ist er hinter darunter schon habe ich ihn und der nächste zwerg wahrscheinlich der letzte zwerg hier der befindet sich in ja der befindet sich bei happy hamlet da ist auch schon hier unten ein bisschen so abseits gelegen und schon haben wir auch gefunden und schon haben wir die challenge erfüllt jetzt sind alle sieben geschafft so wenn ihr neue videos von mir schauen möchte dann abonniert meinen kanal und vergisst nicht die glocke tschüss